Hallo, ich suche Leute für die Landtagswahl in Brandenburg. Brandenburg ist dieses Land um Berlin rum. Und das ist das erste Bundesland, wo nächstes Jahr Landtagswahl ist, wo die AfD so gut dasteht in den Umfragen. Und ich habe mir gedacht, ey, es gibt so viele coole kleine Parteien, die man auch empfehlen könnte. Und viele sagen ja, Protest wählen gegen die AfD, heißt Rot-Rot-Grün wählen. Und das tut mir leid, aber die kann man hier echt nicht mehr empfehlen. Und Brandenburg ist so genial, weil es Wahlrecht erlaubt, Parteien zusammen eine Listenverbindung zu gründen, also zusammen anzutreten. Und das ist der Plan von vielen kleinen Parteien, die nicht so autoritär sind, sondern für direkte Demokratie. Und ich habe Bock, den Wahlkampf umzukrempeln nächstes Jahr und utopische Inhalte auch voranzubringen. Und das schaffen die rechten Parteien in Thüringen, bereiten das genauso vor, zusammen anzutreten, die kleinen Parteien. Ich glaube, da ist viel zu holen, weil auch die Nichtwählerinnen müssen an die Urne irgendwie kommen. Und ich mache auch Proteste gegen die AfD, finde ich total gut. Ich habe auch dieses Verbot unterschrieben, die Petitionen für das Verbot finde ich auch total wichtig. Aber es ist nun mal eine Partei und da muss man auch was aufstellen. Ich meine, nächstes Jahr ist noch lange hin und so, aber ich kenne das dann, wenn die Wahl da ist, fragen alle, was soll ich denn jetzt wählen? Scheiße, alles ist doof. Und deshalb lasst uns das vorbereiten, weil niemand will es erleben, wenn die an der Macht sind. Genau. Danke. Also, Moment. Wenn du in Brandenburg gemeldet bist und wahlberechtigt oder jemanden kennst und keine Angst hast, deinen Klarnamen zu veröffentlichen und vielleicht so ein bisschen politisches Fingerspitzengefühl mitbringst, dann melde dich einfach so schnell wie möglich.